Der DHB hält überraschend an Bundestrainer Prokop fest, das wirft Fragen auf und könnte weitreichende Folgen haben. Das Festhalten an Handball-Bundestrainer Christian Prokop ist eine mutige Entscheidung, und vor allem eine falsche. Denn elf Monate vor der Heim-WM steht der Deutsche Handball-Bund, DHB, vor einem Scherbenhaufen. Nach Informationen von t-online.de sprach sich der Großteil der Mannschaft nach der verkorksten Emeritierten Kroatien, Platz 9, gegen Prokop als Trainer aus. Natürlich darf die Entscheidung über eine Entlassung des Bundestrainers nicht von Spielern getroffen werden, über deren Kopf hinweg allerdings auch nicht. Das Festhalten an Prokop wirft Fragen auf, hatten die Bosse Angst, dass Wisse-Präsident Bob Hanning zurücktritt und sie auch diesen wichtigen Posten neu besetzen müssen? Schreckten sie davor zurück, eine haurende Abfindung zu zahlen, die für Prokop fällig gewesen wäre? Denn sein Vertrag läuft bis 2022. Der finanzielle Aspekt sei Thema gewesen, aber nicht entscheidend, so DHB-Sportdirektor Axel Krummer. Er gab zu, dass es Luft nach oben in der Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft gäbe. Eine deutliche Untertreibung. Selbstentlaufend auch die Antwort von DHB-Präsident Andreas Michelmann auf die Frage, ob der Verband vor der Emeritierten Fehler gemacht habe. Er sagte, man habe womöglich den Unterschied für einen Trainer unterschätzt, ob er eine Vereins- oder eine Nationalmannschaft trainiert. Heißt im Klartext, dass der Job für Prokop von Beginn an eine Nummer zu groß war. Jetzt wird darüber spekuliert, ob einige Nationalspiele zurücktreten. Eine spannende Frage, ob sie ihren Ärger über das Festhalten an Prokop tatsächlich über ihre Teilnahme an eine Heim-WM stellen. Wahrscheinlich ist das nicht, förderlich für das Team aber auch nicht. Fest steht aber schon jetzt, von Aufbruchstimmung oder einer guten Ausgangsposition für das Turnier. Seit 2019 ist die DHB-Auswahlkilometer weit entfernt. Der DHB setzt stattdessen die Heim-WM aufs Spiel. Um 12 Uhr traf sich das DHB-Präsidium am heutigen Montag zum Essen. Um 13 Uhr begannen die Gespräche über die Zukunft von Prokop. Um 14.45 Uhr stand die Entscheidung. Einstimmig war sie nicht. Bis 13 Uhr war dementsprechend noch komplett unklar, was um 16 Uhr verkündet werden soll. Ein äußerst kurzfristiger und fragwürdiger Ablauf bei einer der wichtigsten Entscheidungen der Handballgeschichte. Stellen Sie sich mal vor, das DFB-Präsidium würde ein Jahr vor einer Heim-WM eine Pressekonferenz anberaumen und drei Stunden vorher noch nicht über den Bundestrainer entschieden haben. Und vorstellbar. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.